Ansgar hat Eva wirklich geliebt. Er hätte sie niemals erschossen. Und jetzt wird er vielleicht für etwas verurteilt, das er gar nicht getan hat. Ich bin Anwalt, ich kann keine Falschaussage machen. Kim, dein Vater ist mir alles andere als egal. Sonst hätte ich bestimmt nicht seine Verteidigung übernommen. Der aktuelle Pressespiegel ist da. Ansgars Verhaftung ist der große Aufmacher in allen Blättern. Die Presse hält ihn für einen Mörder. Diese Schlagzeilen sind einfach eine Katastrophe. Wir haben nur noch knapp zwei Wochen bis zu den Fashion Days und jetzt das. Wir müssen heute noch die Location für die Fashion Days klar machen. Geht auch schon gleich los. Viel Spaß. Los Schulz, wir satteln die Hühner. Heiße Maschine. Nicht so heiß wie du, Baby.